Willkommen liebe leute zu einer neuen verarschung Hornsplash Tutorials Hex und LPs und ja die werden wir uns anschauen Ich hab's ja schon gesehen, also sie ist sehr gut, es hätte man wissen, sie ist mich gefallen, es bisher geschah Oh, jetzt war sie, der ist egal, der ist egal, der ist egal, der ist egal, der ist egal Jetzt sehen wir, wie ich den richtig gefallen Das ist der Falle und von El Pileono Denn, in diese YouTube-Phase, in meinem Weltkrieg von CTV, dem kann man nichts nur von mir erfahren Wenn man von El Pileono und Periopea Das kann ich von El Pileono dabei, aber da bin ich mir nicht ein bisschen Korrigiert mich, falls ich falsch bin Aber das ist ein bisschen von El Pileono, denn El Pileono hatte niemals mit einem El Pileono Vier Spiele, oder? Zwei, und vielleicht sogar drei gespielt, also Aber das sehe ich jetzt deutlich Mach so gar nicht nach einem Start, alles klar Läuft bei dem heftig Aber die Pläne sind leider mehr so da ziemlich lang Also das hätte ich vielleicht um die Hälfte zu groß gehabt Weil da waren diese Steine gegnern Jetzt geht's gleich los Mit mir Weil das geht dann immer am Anfang Und mein Teil Oh, nee Doch, noch nicht Juhu Guck mal, der war nicht am Anfang Juhu Jetzt geht's los So Warte mal, sag nicht, dass wir dort sind Ich jetzt glaube Lol Oh shit, das war daneben, danke Jo, das war daneben, Bro Und ein neues Versuchen Das war so dumm von mir Und die Bombe So Bringt's voll Juhu Das geht nicht Stopp Sonst trägt sie gleich einen auf die Schnauze Genau, das geht nicht AHHHHH 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 Das ist so eine dumme Stelle Ausgehen würde BAM Ja NICE Ja NICE Das auch mal so Steine zerstört Die irgendwie noch Hier liegen geblieben sind Alter Mit dem Farm von FICKEN Stört, der hat's nicht anders Da verdient AHHHHH AHHHHH Oh Gott Lol Und meine andere Musik liegt beim Auto Ich finde die passt viel viel weniger Aber Hast du ja wissen Tja, das waren die Auswertungen von mir Und irgendwie verliert immer Marina Läuft Das war übrigens nicht ich Richtig Richtig Mastik Oder so Ok Es war auf jeden Fall richtig Immerhin das Die Szene war auch klingt ja Warum Mann Ich hasse den Wi-Mode Ich auch Bro Ich auch Kann ich jetzt mal so sagen Ich dachte mein Computer wäre aus Aber nicht viele sind von der Wi-Mode Was ist denn Im Eimer gegangen Hashtag im Eimer gegangen Hashtag im Eimer gegangen Jo Hashtag Mirko kaut auf uns Oh Gott Das steht Musik Soundtricks Oh Gott Wie das versuchst du das nicht hinbekommst Ist so geil Lol Und billig Also Also aus welchem Part machst du das? Warte du gehinderst ja noch L-Pillion Und Ich hab das trotzdem noch Ich glaub mein Schwein fickt Ok nein es fickt nicht aber Ich hab das jetzt nicht abgeschrieben Also Soll das auch L-Pillion dabei ist Und KVK Wo Krasses Boss Re-Mail Kommt raus Kommt raus Kommt raus Kommt kopt raus Kommt 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 raus Einfach geil. Gut, dort geht's lang. Und meine Fresse, das haben sie nice aufpoliert von der Graf-Fake. Und wie vermutet, einige dieser Bohnen verformen sich wie üblich. Du Kind, du. Ja, endlich. Morgens halb zehn in Polen. Wo ist mein Knobos? Das ist so cool. Die Gegner sind auch ein paar der ersten, die wir nur mit dem Hammer besiegen können. Ja, Ding mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Zurück zu Let's Play Crash Bandicoot. In diesem Fall machen wir das schlimmste, dümmste und nervigste Element, was es auch nur in einem Videospiel gäbe. Stillgestanden. Okay, warum in dieser Szene da war, habe ich nicht verstanden. Ich weiß, das sind sehr... Tatsache, den Block habe ich einfach mal vergessen. Oh genau, das sind sehr kümliche Trottel. Peinlichst du schon mit diesen nervigen Schultertasten, das zu machen, so. Ja. Ich bin ein nechter Gangster, mein Penis ist stark. Neu. Dachte ich mir halt auch. Hallo Leute und herzlich willkommen zu New Super Mario's Brie. Echtere Start. Auf jeden Fall. Ich bin ein paar Minuten, Sekunden weggegangen sind, angeblich zu gespeichern. Ja, da muss ich mich auf jeden Fall kurz halten. Also, ich fand dieses Best-of gelungen. Und jetzt kommt das Klick-e-Mex. Besonders die Best-of-Verarschung von Wukin Tendo 4. Ja. Ich fand's auf jeden Fall sehr gut. Oh mein Gott. Konfirmt. Als ob. Den schreibt auch noch Körbe Ikea. Skilliger geht's echt nicht. Das ist eine neue Parodie von mir plant. Alter, geil. Um es eben etwas schwieriger zu machen, sollte ich vielleicht ein paar Videos hochzuladen. Hochzuladen. Was war das für ein perfektes Deutsch? Damit Deutsch auch wieder aufgetankt wird, kann ich nur sagen, nice, den Kerl lebe ich. Nice. Vor allem im Eimer gegangen. Hashtag im Eimer gegangen. Auch ne Szene jetzt davon. Alter, da ist Peppe. Ach ne. Leute, und herzlich willkommen zu New Super Mario's Brie. Mach das noch eine Video. Ciao, Leute.